Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell euren Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Aniluna, ich grüße dich. Deine Frage ist, bleibt er bei dir? Er sagt nein, obwohl er dich liebt. Es widerspricht sich ein bisschen. Und das klären wir bei diesem Legung. Dieses Regelsystem heißt der Garten der Liebe. Und in diesem Garten erscheint ein Liebespaar. Und diese Dame symbolisiert dich. Und dieser Herr symbolisiert ihn. Wir betrachten erst mal deinen Gefühlen. Und das zeigt dieses Bild, das ist ganz schön benebelt. Du weißt nicht, wo du dran bist. Du kannst momentan gar nicht orientieren, weil das ist alles undurchschaubar. Jetzt schauen wir seinen Gefühlen an. Die Antwort gibt diese Karte. Er versucht etwas ausschonglieren, ausbalancieren oder Entscheidungen treffen. Soll ich, soll ich nicht. Er möchte am liebsten zwei Hochzeiten tanzen, aber dadurch verliert die Gleichgewicht. Worüber sollst du Gedanken machen? Das zeigt hier dieses Bild und symbolisiert die Öffentlichkeit. Rausgehen, etwas unternehmen, umdenken. Dann belastet dich das nicht so. Worüber macht er Gedanken? Das sind die Geschäfte. Kann auch Selbstständigkeit sein. Vielleicht ein Hinweis zum Trennung und überlegt, wie zahlt er seine Frau aus? Wie macht er weiterhin seine Geschäfte? Was hindert dich? Das zeigt dieser Ehering. Also seine Ehe hindert dich, sonst wäre er frei für dich. Woran liegt seine Hindernisse? Das zeigt die familiäre Situation. Was sagen die Verwandten? Was sagen die Bekannten, wenn er sich scheiden lässt? Er hat Angst davon. Was kommt als nächstes bei dir? Das ist die Hoffnung. Und das sollst du auch nicht aufgeben. Wie kommt etwas in Bewegung? Und das Wasser symbolisiert die Gefühle, aber auch das Vertrauen. Vertrauen am Fluss des Lebens. Was macht er in die nächste Zeit? Was kommt von ihm? Seine Schritte zeigt den Sternenhimmel. Und das bedeutet, es steht alles im glücklichen Sternen. Und bedeutet auch, es ist in Sternen geschrieben, weil ihr gehört zusammen. Dieser Garten hat auch ein Brunnen. Und das sprudelt Wasser und zeigt die Richtung. Was kommt? Dieser treue Hund zeigt seine Treue und er bleibt erhalten. Und ich befrage meinen Pendel. Bleibt ihr zusammen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, er kommt wieder. Ihr bleibt fest zusammen. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein, er hat es abgeschlossen. Wenn die Pendel stehen bleibt, bedeutet vielleicht. Oder wir sollen diese Frage momentan nicht stellen. Bleibt er bei dir? Ja, nein oder vielleicht? Er bleibt bei dir. Genauso wie dieser Hund das auch aussagt. Liebe Aniluna, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen. Auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera Susanna Medici. Vielen Dank.